Musik Hallo, du bist das Sonderklasse aus der Werbe und bist du von Mörpel hergeflogen? Ja, das stimmt. Zur Weihnachtszeit bin ich in den Medien sehr präsent. Aber eigentlich heiße ich St. Nikolaus und komme aus dem Abendland. Ach so, und wieso nennen dich dann alle Santa Claus? Oh, du bist aber neugierig. Mein Name hat Hatter und Sonntblom erfunden. Vor ungefähr 85 Jahren hatte sich nämlich für Coca-Cola ein hübsches Aussehen und einen werbefähigen Namen für mich ausgedacht. Der Rote Ansohn ist ebenfalls in seinem Einfall gewesen. Und wie war der Dein Mandel notgefärbt? Ist das auch San Diego Farber? Das könnte durchaus stimmen, aber ich glaube, er musste sich an der Farbe der Marke Coca-Cola orientieren. Ach so ist das. Und hier war San Diego, das hast du mir mein iPad mitgebracht, das ich mir schon so lange wünsche. Das wirst du sehen, wenn deine Eltern dich geweckt haben und die Geschenke auch gemacht haben. Oh ja, da freue ich mich auch später. Ich bin nämlich sehr brav gewesen in diesem Jahr. Also, tschüss, bis nächstes Jahr und bleib artig.